weil twitch momentan ganz komische sachen dreht und es mir verhindert auf anderen plattformen noch zu streamen wie zum beispiel wie ich es momentan mache auf youtube und auf tritt das geht nur wenn man keiner findet status hat so replika sprich mit boos jetzt lohnt sich keine ahnung es lohnt sich wenn du viele zuschauer hast aber so wie bei mir so 23 leute täglich gerade bei den uhrzeiten wo ich streame da lohnt sich das einfach nicht so 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 jetzt hat sich mit mir zu einer box kommt verabredet anscheinend so 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 so